So, hallo. Wir machen weiter. Bei Ori and the Will of the Wisps. Und ja, das letzte Mal hat uns ein sehr großer Gefährte verlassen. Ich bin immer noch ein bisschen sad. Aber es ist leider so. Und jetzt wollen wir das letzte große Gebiet ansteuern. Den Berg. Bin ich richtig? Oh, viel zu bald. Und ich nehme an, dass wir so zum Berg kommen. Ob oder ob nicht, werden wir sehen. Aber ich nehme an, dass wir so zum Berg kommen. Ich wünsche wieder schneller, als das Spiel laden kann. Das, äh, ja. Ist dann auch aufgefallen. Vor allem, ich habe es gerade noch gesagt. Ich habe richtig gemerkt, wie das Spiel anfängt, in die Knie zu gehen. Ja gut, dann kann ich jetzt auch kurz einen Schluck trinken, weil jetzt müssen wir eh noch laden. Prima. Wow. Also, aber es ist das erste Mal, dass Ori abgestürzt ist. Krass. Krass. Ist einfach zu anspruchsvoll für die Switch. Machst du nix, Nintendo, ne? Es ist, äh... Ich meine, es war ja schon auf meinem alten Laptop, wo ich ja schon Ori oder The Will of the Wisps spielen wollte. Das ging ja nicht. Also, auf meinem alten Laptop, es ging ja nicht. Es hat ja einfach nicht... Von der Grafik her, es hat gehangen. Der hat es nicht gepackt. Wie es jetzt bei dem neuen hier ist, weiß ich nicht. Aber ich habe es ja dann eh jetzt auf der Switch gespielt. Wobei ich auch echt froh bin, weil ich glaube am Computer es... Es... Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So. Sind wir noch im Dorf? Ja, natürlich. Na dann, let's go. Okay. Vielleicht schaffen wir es ja jetzt zum Berg. Ach ne, hier starte ich sogar. Ja, praktisch. Dann bin ich ja fast schon da, wo ich finden wollte. Ich muss nur noch nach oben kommen diesmal. Wenn das Spiel mich diesmal lassen würde, wäre ich sehr zufrieden. Danke. Genau, Bauerspitze. Da wollen wir hin. Und irgendwie habe ich den... Habe ich die Erinnerung, dass ich nicht durfte. Aber vielleicht darf ich jetzt? Wir betreten nur das Reich des großen Bauer, Ori. Er liegt voraus und schläft müde vor dem langen Winter, den der Verfall ihm brachte. Doch die Erinnerung des Waldes hat den Frühling nicht vergessen. Vielleicht können wir auch Bauern daran erinnern, wenn wir ihn wecken können. Okay. Na dann betreten wir es. Moki? Ich stehe hier schon sehr lange, aber der Bär wird einfach nicht wach. Vielleicht versuche ich nochmal, ihn zu kitzeln, wenn ich etwas Größeres als einen Grashalm finde. Okay. Was für ein Bär? Oh. 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 Ich kann nichts machen. Ich kann nicht angreifen. Etwas Größeres als einen Grashalm. Also ich kann hier bewusst nicht angreifen, scheinbar. Hier kann ich wieder angreifen. Was kann ich... Die Frage ist jetzt, was kann ich einsetzen und was nicht? Kann ich ihm so einen Pfeil ins Gesicht drücken? Nein. Nein. Kann ich das einsetzen? Ja. Juckt ihn aber wenig. Kann ich ihm den Windstoß verpassen? Okay. Okay. Windstoß einfach OP. Ich sag's, wie es ist. Das ist Bauer. Ach, das ist Bauer. Oh nein, aber dann wird ja der auch wieder... Och nee. Dann wird der ja dem Verfall verfallen. Ich hab von deiner Ankunft geträumt, Geist. Aber du kommst zu spät. Dieses Land ist zu hart, zu kalt. Die Frühlingsblüten schlummern unter dem Eis hoch oben auf dem Berggipfel. Es gibt nichts zu tun, außer zu schlafen. Ja, dann... Äh... Viel Spaß. Ich rede kurz kurz nochmal mit dem Toki. Moki. Okay, tue ich nicht, weil er nicht mehr da ist. Auch gut. Bauchsspitze. Ja, das trifft jetzt natürlich zu. Okay. Wir sind im letzten Gebiet... Also im letzten Irrlichtgebiet, sagen wir es mal so. Ich bin gespannt, was wir hier für eine Fähigkeit bekommen. Ich würde vermuten, irgendwas womit wir Eis schmelzen können. Aber ich weiß es nicht. Ich wüsste jetzt zum Beispiel aktuell nicht, was auf der Hauptmap... Wow. Ähm... Was auf der Hauptmap so an... An Dingen zu tun ist, wo wir noch eine Fähigkeit nicht haben. Ähm... Warum will ich das runterwerfen? Deswegen, okay. Vor allem einfach haarscharf an ihm vorbei. Ja, weil ich kann halt noch nicht durch Eis zum Beispiel durch, ne? Da könnte ich mir fast vorstellen... Guck mal, hier, das ist alles. Das kann ich alles bestimmt später durchbrechen und schmelzen und keine Ahnung. Und auch hiermit kann ich bestimmt noch irgendwas anfangen. Aber aktuell so gar nichts. Ne, aktuell kann ich hier gar nichts machen. Irgendwas muss ich hier bestimmt in der Flamme oder so. Keine Ahnung. Oh. Okay, ich frage mich gerade, ob die Fähigkeit Flamme, die ich ja kaufen kann... Ob die hier eine Bewandtnis hat oder ob das jetzt einfach nur Zufall ist, weil die so feurig klingt. Okay, wir müssen wahrscheinlich da runter, was wir gerade kaputt gemacht haben. Dann gehen wir halt mal da runter. Warum soll ich jetzt Flattern verwenden? Was soll ich denn hier Flattern lassen? Das Essen? Also ich soll Flattern verwenden, okay. Okay. Ah, okay. Ich verstehe. Ach so, ja, moin. Ja, fast. Hat fast funktioniert. Ah, nicht hoch genug. Treffer versenkt. Okay, diese Dinger muss ich also anzünden. Und was hat mir das jetzt gemacht? Yo! Dass hier warm wird. Ja, okay, okay, okay. I see. Aber wie soll ich jetzt hier wieder rauskommen, hä? Oha! Einfach zerquetscht. Äh... Oh mein Gott, ich... Immer wenn der zugeht, zerquetsche ich mich einfach selber. Wo komme ich hier an der Seite jetzt irgendwie wieder raus? Hä? Oder warte mal, kann ich jetzt hier mit dem Windstoß? Ich kann das mit dem Windstoß gefrieren und mit dem Feuer... Oha! Oha! Hä, aber was bringt mir das? Ich hab halt keine Ahnung, wie ich hier wieder rauskomme. Bin ich jetzt bescheuert? Ich wollte das nicht wieder ausmachen. Das reicht auch nicht, um da hochzukommen im Übrigen. Lol, warte mal. Der da oben ist auch offen. Ich bin dumm. Der da oben ist auch ein Gegner. Aber ich komm nicht ran. Ja, aber was bringt mir das? Ich verstehe nicht, was mir das bringen soll. Hä? Ich bin komplett stuck. Ich will ja hier nur wieder rauskommen. Ich meine, wahrscheinlich komm ich mit dem Ding wieder raus, aber das ist super weird gemacht. Nein, weg da! Jetzt hätte ich ihn fast erwischt. Jetzt komm ich raus. Oh mein Gott! Und was bringt's jetzt, dass es warm geworden ist? Als sind die Dinger hier an, okay. Wahrscheinlich sind jetzt ein paar Sachen geschmolzen. Ah, okay, ich, ich verstehe. Aber alleine, dass ich das wieder eineisen kann, das hat mich so verwirrt. Okay, hier komm ich immer noch nicht durch. Als kann ich mich da wahrscheinlich ranhängen, ohne dass es mich stre... Oh mein Gott! Okay, alles klar. Okay, jetzt... Ja, 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 okay. Ja, super. Also das sollte uns nur so ein bisschen zeigen, da unten was die Dinger können. Ich sollte damit gar nichts anfangen. Ich hab's auch noch nicht ganz verstanden, wie ich an den, an die Kugel rankomme, aber... Wahrscheinlich einfach mit einem sehr geschickten Sprung meinerseits. Ja, so wie hier. Guck mal, das geht noch höher. Oh, okay, ich sehe es. Aber das ganz Kritische ist ja tatsächlich, dass die mich einfach zerquetschen können, wenn die sich gerade zumachen. So, das ist ganz, ganz kritisch. Okay. Äh... So. Okay, und hier ist trotzdem noch nicht warm geworden. Also hier... Hier muss ich das Feuer auf irgendeine andere Art und Weise hinbringen. Weil hier oben ist ja der Ding, ne? So. Und da muss dann irgendwie Feuer hin. Aber wie man sieht, das geht noch nicht. Ja gut, ist aber auch nicht weiter schlimm, weil wir haben ja die andere Seite, wo es weitergeht. Na, hier geht's ja auch weiter. Oh mein Gott, ich sehe die. Ich realisiere immer gar nicht, dass es diese Viecher sind. Okay. Okay. Schalter. Ah, der macht jetzt das Tor hier auf. Okay. Das ist doch schon mal was. Das ist doch schon mal was. Aber wo will ich jetzt hier hin? Hä? Warum ist der da oben jetzt wieder da? Hä? Wo war ich denn jetzt wieder unterwegs? Okay, der ist einfach zum Zurückkommen da, nicht um da bis nach oben zu kommen. Ich glaube, ich war wieder out of bounds. Ja gut, wir haben jetzt hier unten das Tor aufgemacht. Dann gehen wir jetzt da halt auch durch. Okay, so. Das ist jetzt noch gefroren, dieses Ding. Dann sind wir jetzt im nächsten Abschnitt, wo wir das nächste rausfinden müssen, wie wir es... Ah, guck mal, hier machen wir wieder warm. Aber erst kriegt er mal jetzt hier ordentlich auf die Mütze. Oder halt auch ich. Warum hat er jetzt nicht auf die Mütze bekommen? Weil ich kein Dings ausgelöst hatte, ne? Ja, richtig. Das ist schon eher meine Funktion von auf die Mütze kriegen. So, guck mal, aber durch den hier kann ich mich einfach durchbuddeln. Auch sehr schön. Ja, aber... Also, wenn ich jetzt hier einen Windstoß mache... Wohin schießt denn der am Ende? Ich muss sie doch zu irgendeinem Feuer leiten. Ja, wir finden es raus. Äh... Äh... Ja, der ist ja... Also, der ist ja richtig kurz. Wo soll der denn hin? Bis hier hin soll der. Ja, großartig. So, tschüss. Oh, das geht... Das geht jetzt gar nicht, oder was? Oh, das geht allerdings... Ah ja, aber die gehen gar nicht, wenn die nicht an sind. Auch interessant, okay. So, also, irgendwie muss ich dann das Feuer hier hin leiten. Ja, aber das, äh, das trifft doch niemals. Äh... Musst du so jonglieren wahrscheinlich, na? Oh mein Gott. Also, das ist ne... Weiß ich nicht, Mechanik. Oh ne, oh, das wird mich ja wahnsinnig machen. Vor allem, wenn ich nicht schnell genug das erwische. Oh, bitte treff. Oh, schade. Das war gar nicht mal zu knapp. Na, okay, das reicht einfach noch nicht. Ich muss... Ich muss noch öfter machen. Ei, 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 ei. Jetzt aber. Nice. Am besten jetzt keinen Windschluss mehr dagegen fabrizieren. Gleich wieder den Windschluss rausnehmen erst mal. Ist das jetzt hier unten auch alles offen? Ne, es hat tatsächlich noch nicht gereicht, um das auszulösen. Okay. Interesting. Aber hier hat's gereicht. Moment, das führt aber nur hier hin. Ach so, jetzt muss ich zur anderen Seite wieder hoch, na? Oh mein Gott. Der ist einfach zurück. Okay, das hat's gespeichert. Gut. Gut. Tschüss. Ja, jetzt komm ich hier hoch, nämlich. Also voraus... Ja. Also irgendwie komm ich jetzt da hoch. Äh. Ah, ja klar. Gut, das hat fast gut funktioniert. Aber so geht's auch. Okay, sehr schön. Hier kann ich rein. Aber ich kann auch da hoch. Das hier hoch sieht mir jetzt Beschläge aus. Ja. Scheiße. Ja, ich wollte gerade... Mann, ey. Oha, was? Wie ist der denn kristallisiert worden? Crazy shit is here going on. Ja, da komm ich jetzt wieder nicht durch. Aber da hinten ist mein Speicherpunkt. Oder irgend sowas zumindest. Irgendwas wichtiges ist dahinter. Nein. Sehr gut. Okay, wir sind gleich hoch. So. Okay, da oben ist wieder Sand. Und es zeigt sich wieder, wie gut es ist, dass wir den Sand schon gemacht haben. Weil alles das sonst nicht möglich wäre. Oh shit. Hä? Hä? Ach so. Ich brauche das nur zum Rauskommen. Nein. Oh nice. Splitter. Bei mehr als 50% Gesundheit verursachst du Bonusschaden. Oh nice. Klingt auch sehr gut. Okay, mehr gibt es glaube ich hier oben nicht, oder? Das sieht doch ganz gut aus. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Okay, dann wieder hier rüber. Nein, 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 nein. Ich muss hier rauskommen. Och Junge. Aber den Splitt hat es gespeichert, naja. Das hat nicht funktioniert, Mist. Ich will da rüber. Da ist nämlich er hier wieder. Oha. Mach dich bloß weg. Hast du das gesehen? Fast schon anmutig, wenn man es hier aus sicherer Entfernung betrachtet. Schriek hat erst hier oben gejagt, nachdem der Wind zu eisig wurde. Ich bin ja selbst ein Wanderer, aber ich bezweifle, dass der Vogel die Spitze nur aus Neugier durchstreift. Vielleicht ist diese eisige Einhütte immer noch schöner als ihre Heimat. Brrrr. Oh, hier muss ich wieder Feuer machen. Gleich drei Millionen Meter weit jonglieren wahrscheinlich. So. Wo ist der Feuertopf? Nirgends. Äh, okay, schwierig. Hä? Ach, hier runterwärts musst du... Ach, du Scheiße. Oh, Leute, was verlangt ihr hier von mir? Okay. Okay. Ja, okay, ich muss nur einmal, okay. Aber ich muss halt immer wieder hoch. Ah, Mama mia. Nice. Gut. Dann gehen wir erst mal eine Runde schwimmen. Ähm. Ah. Der... Jetzt komme ich aber gar nicht mehr hoch. Doch. Weil ich muss ja trotzdem hier die Dinger einsammeln. Das war die falsche Taste, äh, wie immer. Das war die richtige Taste. So. Aber wie mache ich das jetzt? Ach, von der anderen Seite. Nein. Oh mein Gott. Komplett versagt. Was? Komplett versagt. Nochmal. Der muss nämlich da rüberschießen. So herum ist es. Und dann Abflug. Und jetzt sollte ich alle Dinger haben. Jo, sieht gut aus. Dann komme ich jetzt ziemlich sicher genau hier weiter. Ja. Sehr schön. Also ich muss sagen, so ganz Fan von dem Eisgebiet bin ich noch nicht. Aber das ist okay. Das kann mir nicht jedes Gebiet gefallen. Oh mein Gott. Fähigkeit. Feuer. Bitte ja. Ich meine muss ja. Es muss ja Feuer sein. Ja. Feuerkugel. Okay. Und es ist eine Fähigkeit in dem Sinne hier. Nice. Oha, ja. Also wir können jetzt wirklich alles schmelzen. Nutze den Stoßangriff mit dem geladenen Lidstahl, um größere Höhen zu erreichen. Oh mein Gott. Ich kann... Ach du Scheiße. Ich verstehe, was die meinen und es gefällt mir nicht. Das heißt, ich löse das aus und nutze das eigene Ding. Oh boy. Ich habe jetzt sozusagen mein eigenes Katapult dabei. Moment, aber das bedeutet ja jetzt auch, dass ich theoretisch... Mit dem... Also mit der richtigen Technik kommt man damit ja immer weiter nach oben. Okay, geht auch nicht. Tullis Hütte. Gerücht untersucht. Oh. Oh. Was ist hier denn? Fackel anzünden. Warte. Ach, hier oben. Warte, mache ich mir selber Schaden damit? Ne, oder? Nein, okay. Das hatte so gewirkt. Nice. Ein Samen optimal. Die brauchen wir. Okay. Okay, komme ich da rum? Und will ich das überhaupt? Oh Gott, das Schlimme ist, ich käme wahrscheinlich sogar da hoch mit dieser Technik. Ich käme mit der Technik wahrscheinlich da hoch. Wenn ich jetzt das halt richtig hinkriegen würde. Hä? Ich kann es nicht mehr aktivieren, warum nicht? Lol, was? Ach so. Das hat funktioniert, aber warum funktioniert es von hier aus nicht? Von hier aus geht es nicht? Okay, interessant. Na gut. Na gut. Okay, aber dann hat es den Einschein, dass wir hier soweit alles gesehen haben. Auch wenn jetzt hier noch so ein bisschen verdeckt ist, aber gut. Na toll. Ah, nur der geladene Lichtstrahl ist was, womit ich hoch kann. Okay. Deswegen geht es mit einem kurzen Lichtstrahl nicht. Ich verstehe. Ich würde ja gerne meine Stampfattacke nutzen, aber ich brauche jetzt halt den Lichtstrahl erst mal. Und ich werde nicht ständig hin und her wechseln. So. Ja, dann können wir jetzt da hinten weitermachen. Aber am Ende müssen wir sogar noch höher. Das heißt es... Ach, da unten muss es höher gehen. Okay, ja, ich verstehe. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Ich verstehe, wie der Hase läuft. Alles klar. Ja, jetzt kann ich nämlich hier alles aufmachen. Und da ist mein Teleport. Punkt. Okay. Das geht jetzt allerdings nicht auf. Hier ist auch keine Fackel, die ich anzünden könnte. Die das öffnet. Das geht dann von der anderen Seite wahrscheinlich auf. Ja, macht nix. War ich da schon? Nein, da war ich auch noch nicht. Vielleicht von der Seite dann, na? Dass man dann hier wahrscheinlich so einen Durchgang hat. Okay. Runter. Ach, oder von der Seite. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal ganz runter. Perfekt. Lass mich in Ruhe, du blödes... Alter! 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 Ich dachte, sein Schild kann vielleicht verbrennen oder so, aber... Irgendwie ja nicht. Schild hatte keine Lust zu verbrennen, scheinbar. Aber wir haben schon wieder 3000 Geisterlicht. Also das ist schon krass. Das geht schon echt schnell. So, jetzt gehen wir jetzt mal hier weiter. Ja, das Schild geht einfach nicht kaputt. Na gut. Na gut, dann so. So, jetzt kann ich hier aufmachen. Erstmal runter. Und dann nach oben. Ein Moki. Let's go. Was riecht hier nur so? Oh, er will die Suppe. Danke. Danke, danke. Ich bin gerettet. Was für eine Suppe. Nice. Gemütlicher Hut. Ich weiß, wer einen Hut wollte. Ich sag's anders. Ich weiß, dass jemand einen Hut wollte. Ich weiß nicht mehr, wer. Aber vielleicht sagt mir die Quest jetzt ja, wer. Irgendjemand wollte einen lustigen Hut. Ich weiß es genau. Aber wer war das? Irgendjemand im Dorf. Quest aktualisiert. Finde jemanden, der einen Hut möchte. Oh Gott, das wird, das wird sehr interessant hier werden. Oh, da schmilzt gar nicht das Eis. Das ist ja krasses Eis. Okay. Ja, das von Hand zu Hand zeigt's jetzt hier an. Mist. Boah, wer wollte denn den Hut haben? Ich weiß genau, da gab's jemanden. Ich weiß es ganz genau. Der hat gesagt, er hätte gerne so einen lustigen Hut, wie die anderen. Und keine Ahnung. Ich glaub, der war relativ nah im Dorf sogar. Äh, wie komm ich jetzt da hoch? Ach, mit meiner Schein. Oh Gott. Mit der Kombination hier wieder natürlich. Oh, das wird echt großartig werden. Okay, und jetzt kann ich hier aufmachen? Nee, immer noch nicht. Da muss es doch irgendeinen Schalter irgendwo geben, der das jetzt hier aufmacht. Aber gut, dann jetzt erstmal hier rüber. Okay, jetzt muss ich erstmal das da anmachen. Ach, das macht's auf. Ah, I see. Okay, perfekt. Dann können wir jetzt nämlich folgendes machen. Dann gehen wir jetzt teleportieren und können jetzt jederzeit hierher zurück. Und quatschen nochmal kurz die Mogie im Dorf durch. Ich will den Hut loswerden. Das kann doch nicht sein. Ah, hier komm ich jetzt auch easy ran. Oh, hier ist sogar ein Eingang. Guck mal, den hab ich noch gar nicht wahrgenommen. Da ist sogar ein Eingang. Okay, also jetzt erstmal ins Dorf zurück. Ich glaube, der hier war's. Ich glaube, der hier war's. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, der hatte was von Hüten immer gefaselt. Mal schauen, wie gut meine Erinnerung jetzt funktioniert. Ich glaube, du wolltest lustige Hüte, richtig? Ich bin eine Spinne. Ich bin einer Spinne begegnet. Sie sind nicht grüßig, überhaupt nicht. Nee, das ist nicht der mit dem Hut. Scheiße. Ach, wer von euch knallköpfen wollte in den Hut? Ich weiß genau, dass einer von euch einen Hut wollte. Irgendeiner von euch knallköpfen wollte in den Hut. Aber wer? Wolltest du den Hut? Nein. Wer wollte den Scheißhut? Hä? Wait, da unten ist ein neuer Kollege. Dem haben wir noch nie gesprochen. Du wolltest den Hut. Let's go. Ein sehr schöner Hut, den du da hast. Den darfst du haben. Ja, ab dafür. Leere Laterne. Meine Zeit in der Dunkelheit sind vorüber. Leere Laterne. Die Kerze darin ist komplett geschmolzen. Ich weiß, es wollte jemand ein leeres Gefäß. Es wollte jemand ein leeres Gefäß. Wer war das? Dieser Teil der Lichtung fühlt sich viel zu Hause an. Dieser Teil der Lichtung fühlt sich viel zu Hause an. Dieser Teil der Lichtung fühlt sich viel zu Hause an. Warte, kann ich jetzt hier Feuer eigentlich auch machen? Und das irgendwie anzünden? Nein, okay. Oder mit einem Windstoß das ausmachen? Hoppala. Entschuldigung. Ähm, Windstoß. Ne, juckt nicht. Okay. Boah, wer wollte denn so ein Gefäß? Haar, auch Leute. Ich drehe durch. Wir hatten... Wir hatten die Person erst irgendwann. Wir hatten die Person erst irgendwann. Finde jemanden, der Licht braucht. Aber ich meine, die Kerze ist doch erloschen. Was will der mit? Scheiße. Ich bin schon wieder konfus. Finde jemanden, der Licht braucht. Da ist doch gar kein Licht möglich mit dem Ding. Oh, verdammt. Welcher Moki ist der, der hier weiterkommen will? Oh. War hier hinten ein Moki? Ich glaube nicht, ne? Da war der Typ, der meinte, er braucht Wasser. Aber sonst war hier doch kein Moki. Ne. Eben. Dann musstest du doch vielleicht da unten in den... Äh... Huch. Hier. In den Schimmelwaldtiefen. War hier irgendwo ein Moki? Hier war ein Moki. Moki. Du könntest der Moki sein, den ich brauche. Ich geh da jetzt hin. Ich geh da jetzt hin. I don't care. Sonst war hier kein Moki in dem Gebiet, ne? Ne. Ne, das ist der einzige Moki. Okay. Also, gerade... Im Prinzip gerade runter. Ich hatte schon bedenkt, dass ich mich wieder irgendwo reinglitsche, ey. Ich glaube, jetzt bin ich zu weit gefallen. Scheiße. So. Moki... Wolltest du Licht? Yes. 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 Erfolg. Ah, okay. Damit fängt er die Glühwürmchen. Es ist klebrig. Seide. Faden. Der Angeltyp. Ich weiß genau, wohin ich muss. Ich weiß ganz genau, wohin ich muss. Der Angeltyp. Im Wassergebiet. Wie komme ich da am schnellsten? Direkt hier. Perfekt. Perfekt. Der ist genau beim Checkpoint. Ja, let's go. Warum das mit Klebrig jetzt zu tun hatte, weiß ich nicht, aber... So, mein Freund, du willst was zum Angeln. Das ist ein Faden. Wo hast du den denn gefunden? Daraus könnte ich ein Netz für besseren Fischermoki machen. Das Fernglas meines Vaters. Er segelt nicht mehr, er schläft und isst nur noch eine Menge. Darum brauche ich hier ein Netz. Ein Fernrohr. Okay, jetzt bin ich aber überfragt. Ich weiß nicht, wer ein Fernrohr braucht. Ich kann mich auch jetzt nicht erinnern, jemals mit jemandem gesprochen zu haben. Der sagt, er muss irgendwie Fernrohr. Vielleicht kommt das da... Vielleicht ist das da ein Moki, den wir noch nicht gefunden haben. Würde ich jetzt fast vermuten, dass das ein Moki ist, den wir noch nicht kennen. Okay. Aber dann geht's nächstes Mal hier wieder weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss. Tschüss.